Liebe Tohira, ich möchte dich ganz herzlich und heute willkommen zu dieser Karte-Bibel-Betrachtung. Für nur weil wir Johannes das 9, die in dem Kapitel erfahrt, saßt ihn, was sie nun dadurch betrachte, durch ihre Dame, wo Jesus jetzt schritt sich wird. Das sagt, in Vers saßt ihn schließlich auf Pilatus am Hahn, dort sie am schritt sich könne. Sie nehmen Jesus in Leder am Weich. So, das wird die Momente, wo Jesus verurdeckt wird in der definitiven Wahrheit, das er wird, um die Rieds sterben müssen. Aber zwar, was er ausschließlich wird, er nicht getan hat von dem, was in Verbrechen wird, sondern, dass die Welt anverschmiedet wird, in seinen Anspruch, dass er die Segen Gottes wieder nicht annehmen wird. Und da passierte acht besondere Sachen um die Rieds, die diese Versche uns mitteilen. Der erste zeigte, dass Jesus drüge sind, die Rieds, in Vers 17. Aus zweitens, wichet, Ereignis, was passiert, dort hei, zwischen zwei Verbrechers, je schritt sich wird. Vers 18. Vers 18. Dort redete wir den Titel, den Pilatus um die Rieds umbringen leidt, Vers 22. In der vierte wird, dort der Soldaten gemmelt werden, oder in seinen Spelmüchel, Jesus seinen Kleid, Vers 23 und 24. In der 5. war, wo Jesus sich an seine Mutter sah, war er versorgt, weil er nicht mehr da war. In der 6. war der Darscht, den Jesus hat, hat er in den Vers 28 und 29 gebracht. In der 7. war, dass Jesus starb. Da sah ich, dass er den Geist gab, und da gefällt war, was er sagte, dass er seine Jünger sagte, «China nimmt mein Leben von mir, ich gebe das freiwillig.» In der 8. war der Spieß in Jesus' Sied, als er gestorben war. Alle diese Sachen, die uns Johannes abgeschrieben hat, waren ihm besonders wichtig. In der 5. war der 6. Die 2. war, der 8. war dein, und da war, was er gleichgegeben hat. Da ist die Grund, und dort ist die Grund, wo Johannes so wichtig war, um da zu weh, wo er gleichgegeben hat. Die Spieße sieht, dass sie wichtig, dass er das abgeschrieben hat, weil sie das Euler Testament sieht, ganz klar, dass sie wurde in dem Seine, in dem sie gestört haben. All hunderte Jahre vorher wird prophezeit worden, dass der Messias wundern wird, und dass sie dem auch sein wird, weil er in Macht und Heilig Zettel gekommen wird. Das sind Sachen, die uns geschrieben sind, dass uns glauben können gestört werden. Vers 35 sagt es, dass ihr Seine hat als Zeit oder Ver und weiß, dass es so ist, und er weiß, dass er die Wahrheit redt, sodass sie auch ihr Leben kennen. Das wird so ihr tun, dass alles so passiert, als ihr Schreiber steht, ihr solltet sein, kein Bein bereiten. So alles, was Johannes abgeschrieben hat, wir, am dass die Menschen wurden, in vollsten Grund haben, auf ihr geloven. Ich lebe doch hierher, dort haben wir, wie immer waren, die Bibel lesen, die studieren, um uns geloven, auf einen vollsten Grund zu setzen, dass wir geloven können und durch Beine uns vertrauen finden können. Vorher, Himmel, wir danken dir für diesen neuen, wunderbaren Morgen. Dankeschön für deine Leib. Dankeschön, Herr Jesus, dass du wahrlich wirst, dein Leben um die Ries zu löten. Dein Wut bezeugt uns, dass das Opfer, das du gebraucht hast, für jeder einen jältig ist, der das auch nicht mehr wählen, der das Neidig hat, in sich selbst als Sünder betekend und auch erkannt. Wir danken dir dafür, dass du uns gereinigt hast, und wir möchten uns leben, auch die Unvertrauen. Amen.